so halbzeit und er macht nämlich echt nur klein ja der wird schon bis das wird schon ein bisschen schwieriger hier ich merke schon weil ich nicht springen darf also vielleicht darf ich schon springen aber ich glaube laufen ist es besser kommt schon ihr klein der finis kommt weil da oben ist da ist doch gar keiner mehr zum draufspringen was ist denn hier los okay ich habe natürlich wieder großkotz und so ich hätte mal nichts sagen sollen vorhin so der kleine ist sowieso besser interessant lauf 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 okay ja das war ja easy er ist dann doch weiter runtergegangen als ich dachte den dinden 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 oh ich hätte so springen müssen ich hätte doch springen müssen nein nein zu früh zu spät was geht denn hier ab das ist eine harte nuss eine harte nuss kann tenji erschaffen wird erschaffen das alles und viel mehr seht ihr hierbei kaiser mario part irgendwas ich weiß keine respektive ich bin kommt darauf an wie lange das überhaupt wird hier das spiel oh mann alter das ist ja eine riesige das ist ja eine sauerei das ding ist schneller als ich was soll ich denn da machen gibt es irgendeinen trick ich glaube ich muss kurzzeitig irgendwie höher springen oder wie genau vorne drauf landen irgendwie kommt schon es geht nicht das geht nicht also das ist schon ein bisschen nervig sagt mir mal was ich hier falsch macht und der träger mario sich durch die gegend aber er schafft es irgendwie trotzdem nicht er schafft es einfach nicht weil er zu dumm ist hier hätte ich gleich das groß brauchen können kommt das ist super gelaufen kann ich kontrolliert größere sprünge machen das war zu kontrolliert muss ich schauen ob ich kontrollierte größere sprünge machen kann aber die total kurz und klein sind muss das mal hinkriegen geht das denn überhaupt kontrollierte kurze kleine sprünge mhm der springt aber sonst wohin wer hat denn das nicht ausgefallen hier guckt mal wie hoch ich springen kann kann richtig hoch springen aber aber hä langsam habe ich das gefühl gibt es irgendeinen trick oder so oh mein gott ok das kann jetzt noch ein paar stunden jetzt ist er weg es kann sich nur noch um ein paar stunden handeln ganz ehrlich also um diese stelle hier beneide ich mich schon mal nicht das gibt es doch gar nicht genau an der spitze drankommen und dann irgendwie jetzt haben die sich dabei gedacht welcher komische typ macht denn solche level ganz ehrlich das gibt es doch gar nicht versuch hat irgendwie mit mit zu drücken nein das war zu viel gedrückt ach man das ist immer so knapp also ich will mich ja irgendwie nicht aufregen aber es sind so eine stellen wo man sich denkt so wer macht denn sowas vor allem wie soll man denn auch so eine stelle dann ohne safe geben das schafft er dann kein schwein hier ey ich denke ich irgendwann eine pause machen muss hier und dann einfach schauen muss wie das hier geht die stelle komm schon Tenshi will nicht nachschauen Tenshi ist nicht so ein großer noob dass er mal nachschauen muss ist bestimmt irgendwie so dass ich drücken muss rechtzeitig und ganz kontrolliert und ganz kurz ganz kurze kleine sprünge ok ich versuche mal was hier ist die 0 save 1 save ok auf der 1 mache ich jetzt weiter ok so man kommt eine gewisse stelle höher glaube ich ein bisschen na aber ich komme auch nicht weiter als das ding guckt euch das doch an das bringt mir das bringt mir auch nicht höher zu springen weil dann bin ich trotzdem so langsam da kann ich das vielleicht beschleunigen ach gott ich muss die beschleunigungstaste drücken hier die x-taste da oh gott da soll jemand noch ahnen oh gott auch ihr müsst mich ja so für einen noob halten ja jetzt hab ich ruhig noch hoch springen jetzt nur noch hoch springen müssen ja jetzt drücke ich natürlich die falsche taste weil ich so dumm bin Oh, ey, Gott, ey. Das ist die... Das ist die fehlste Stelle. Das Schlimmste, was ich bis jetzt gemacht habe, ey. Ey, so einfach. Oh, Mann. Das ist ja, wenn man die Mechaniken so nicht kennt, ne? Oh, was ist das denn für ein schöner Freund? Oh. Ich mach mal kurz wieder hier aufs Null. Safen. Okay. Dann kann ich nämlich wieder auf dem Ding speichern. Ups. Oh, nein. Ich hab gesaved. Ich bin ein Idiot. Hab ich das gesagt? Hab ich nicht gesagt, oder? Hab ich nicht gesagt. Gut. Okay, dafür hab ich ja vorsichtshalber das gemacht. Das Speichern. Haha. Verarscht. Oh. Der will mich verkack-eiern. Ganz stark verkack-eiern. Komm her, du kleiner Wicht. Du bist nichts. Ich muss doch irgendwie gehen, dass ich auf den wandern kann, oder so. Ja, ich würd' mal was anderes probieren. Ach, Mann. Nein! Oh, ich war schon soweit. Dieser dämliche Delfin. Alles der, 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 alles der, die Schuld vom Delfin. Oh. Ah, es gibt's doch nicht. Du kleiner Wicht. Ah. Oh. Na? Na? Ups. Ja, jetzt wird es nochmal kompliziert. Ey, ich bin total ruhig, ne? Weil ich mich voll konzentriere. Das ist voll schlimm. Wee! Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott! Lass mich doch in Ruhe! Komm schon, ein kurzer, kleiner Sprung. Würde die ganze Sache beenden. Na, komm schon. Kleiner Sprung. Kleiner Sprung. Nicht so groß. Tenshi, Tenshi. Tenshi, du kriegst das hin. Wisst ihr, was war das? Das sah ja so gut aus. Oh, das... Das war knapp. Dieser nervige, kleiner Typ mit seiner nervigen kleinen Angel. Einfach hier geradeaus rennen. Okay, das bringt nichts. Aber jetzt. Du bist so nervig, hat dir das schon mal jemand gesagt? Ich versuche jetzt einfach auf den zu balancieren. Ich muss nur erst mal auf ihn drauf kommen. Wenn diese dämlichen Delfine nicht immer wären, die mich dann wieder aus meinen Drehsprung rausholen. Ah, da war die Focke. Ey. Okay, Leute. So. Ach, konzentrieren. Einfach rabiat. Drücken, drücken. Hoffentlich darf ich nur nicht den Save-Button drücken. Nein, das war so gut. So, erst mal hier so. Ein bisschen nach hinten, nach vorne laufen. Nach hinten, nach vorne, nach hinten. Nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und... Nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und... Nach hinten, nach vorne. Umdrehen. Und bremsen. Das sah gut aus, ne? Das sah echt gut. Hä, wo fliege ich denn da hin? Das sieht manchmal echt komisch aus. Okay, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und... Hup. Ah. Komm. Ich muss den nämlich verarschen da, den, 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 den Kleinen da unten. Okay, nochmal. Nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und... Nach hinten, nach vorne, nach hinten. Nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und... Und... Wieso fliegt denn der immer dann hoch noch? Dieser kleine Delfin. Namens. Delfin. So. Kann mich... Ich muss mich konzentrieren. Kann nicht reden. Irgendwie ist alles... Ja, 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 ja. Uh. 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 Speichern. Ah. Ah. Ich hätte mich... Komm, einfach schnell durch. Oh, yeah. Hm. Macht da Mario. Sehr schön. Ich bin schon durch das dritte Level durch. Krass, wie viele Level hatten das Ding? Weiß ich gar nicht. Speichern. Und zwar nochmal speichern, speichern und reingehen. Speichern. Oh. Oh nein, das war ein ganz schweres Level. Ach, du Scheiße. Erstmal muss ich den Mario, glaube ich, die ganze Zeit mitfüttern oder so. Oh nee, das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Ich glaube, das habe ich mal kurz in so einem... Ach, warte mal. In so einem... Wie nennt man das? Äh. Ja. Wie dumm. Wie dumm kann man sein. So. In einem... Na, so eine Art Speedrun. Nur, das ist halt ein... Was mache ich denn? Äh, das war halt ein computergeschütztes Speedrun. Ja, muss ich jetzt kurz mal so machen. Ich hoffe, das klappt noch so. Oh shit, ich weiß gar nicht, wo ich das speichern soll. Weil hier gibt es irgendwie nicht groß was zu speichern, ey. Und hüpf. Zu früh. Und hüpf. Zu spät. Ich kann doch hier drauf springen einfach. Speichern. Oh, und ich darf ja nicht... Oh. Ich darf ja auch nicht loslassen. Ich glaube, der frisst die Pflanze, oder? Frisst der nicht die Pflanze? Nein, er frisst die Pflanze nicht. Und man gibt's... Oh Gott, das kann ja was werden. Ich müsste an den Stein dranspringen. Na, fast. Komm schon, Tenji. Du bist doch kein Idiot. Du kriegst das hin. Ja, sehr schön. Ey, ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt, äh, ihr wollt Yoshi kaputt machen. Au. Ey, hoffentlich verkacke ich hier nicht irgendwie. Guck mal, der... Das kann er, glaube ich, fressen. So. Mal schnell. Oh, oh. Safen. Ach, das kann er nicht fressen. Okay. Gut zu wissen. Puh, ey. Ja, ich dachte, das frisst der. Aber das frisst der anscheinend nicht. Okay, ich muss eh warten, bis die... Kommen. Was war das denn? Komm schon. Spring. Was? Wieso geht er nicht rein? Was ist denn hier los? Das war zu früh gesprungen. Und Sprung. Und drinnen. Oh. Nein. Oh, scheiße. Ach, Mann. Deswegen, Leute. Deswegen macht man nämlich diese extra Save-Dinge. Ah. Das Problem ist nur, wenn ich die Save-Stats abändern möchte, dann muss ich die Taste loslassen. Was ist denn das da unten? Was ist das denn? Oh, ich hätte da drüben spächern können. Ich habe nur noch diesen einen Save-Stat gerade. Den muss ich nochmal irgendwie Sicherheit speichern. Okay, ich versuche es jetzt mal kurz. Das geht nicht so einfach. Okay, warte. Ich kann ja höchstens so machen. Ja. Das hat funktioniert. Ja. Ich Idiot. Falsche Taste gedrückt. Jetzt aber. Save-Stat. Und dann renne ich hier drüber. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Oh nein. Den wollte ich doch fressen. Ich glaube, ich muss die sogar alle fressen hier. Die ganzen Sachen. Irgendwie. Weil dann wird der nämlich... Nachher kann der fliegen. Ey, was ist das denn hier? Ach, da muss ich da hinten drauf springen. Ach, du Scheiße. Ich brauche mehr Platz. Ich muss mehr sehen. Oh mein Gott. Weil man kann ja da nicht drauf. Das ist echt schwierig. Weil ich muss ja schneller sein als man... Ne, das war dann zu schnell. Oh mein Gott. Wie kann ich mir überhaupt so ein Let's Play antun? Das ist echt schwierig. Weil man mich wirklich konzentriert sein muss. Ah, fast. Man muss echt konzentriert sein. Und ich rede doch immer so gerne mit euch. Ich quatsche doch immer so viel. Naja. Das war dann ein Satz mit X. Oh. Na, wird doch zu spät gesprungen. Ah, nein. Ja, schön, dass das Yoshi da auf der Lava bleiben kann. Ich kann nicht. Also er muss auswachsen, damit wir ihn nachher reiten können. Und? Oh, ihr wollt mich doch verkackern. Das muss doch irgendwie gehen. Pass auf, nachher gibt es doch einen übelst einfachen Trick. Den ich wieder komplett vergesse. Irgendwas Einfaches gibt es bestimmt. Und ihr wisst ihn natürlich. Ihr Schweine. Und? Och, komm, das war doch... Boah, da war ich trotzdem noch außerhalb der Reichweite. Jetzt, komm. Oh, ey, komm. Das geht doch gar nicht, äh... Knapper. Da gibt es ja irgendwo einen geheimen Stein, den ich kaputt machen muss, damit ich mich draufstellen kann. Okay, ich werde, glaube ich, mal jetzt, wenn ich hier drüben bin, mal speichern. War vielleicht ein bisschen zu früh gespeichert. Also, hier geht's. Also, man kann nicht lange... Oh, endlich. Komm her, du lecker Schmecker. Ach, du Scheibe. Hat es das denn? Hat es das denn? Ja. Weil, wenn man schon so auf diesen Ladenknopf drückt, dann will man ihn manchmal drücken. Einfach nur beim, ähm, Springen. Oh, hä, wieso ging das eigentlich runter? Ey, ich muss echt aufpassen, dass ich den Knopf nicht irgendwann zu oft drücke. Hier runter jetzt, genau. Okay. So, speichern. Runterlaufen. Ups, zu früh runtergelaufen. Runterlaufen und jumpen. Fress die Pflanze. Los, fress die Pflanze. Fress. Ah, Mist, den brauche ich. Äh. Habt ihr das gesehen? Ah, shit. Das war nicht gut. Komm, komm runter. Komm runter. Runter mit dir. Danke. Kann dir das fressen? Yeah. Oh, Yoshi. Oh. Jetzt kann ich nämlich das hier nehmen und kann fliegen. Ah, Gott. Das Fliegen ist nicht so einfach, weil man... Boah, weil ich die ganze Zeit schon diese eine, die X-Taste die ganze Zeit gedrückt habe. Die ganze Zeit die X-Taste gedrückt. Und dann muss man die gedrückt halten und gleichzeitig auf A drücken, um immer hoch zu fliegen. Das ist die ganze Zeit so... Oh, das ist anstrengend. Weil wenn... Ah, doch nicht. Ich dachte, weil er sonst... Na gut, warte mal. So. Schön viel Zeit rausholen. Ja. Viel zu früh gefressen. Nein. Dumm. Das wollte ich gar nicht. Okay. Yoshi, Yoshi, mein kleiner Freund. Zeig, was du kannst. Oh, das war knapp. Oh, Mann. Du, du, du. Vielleicht soll ich doch mal speichern zwischendurch. Und zwar werde ich jetzt laden. Schnell auf Slot 1 wechseln. Und den kann ich dann nützt zum Speichern. Wow. Hä? Was war denn das? Ah, das war jetzt Slot 1. So, Slot 0. Slot 1 nehmen. Was war denn das? Könnte er nur hier ein bisschen fliegen. So. Ha, ha. Oh, oh. Ah. Da muss ich mich... Hier muss ich mich beeilen. Weil der schluckt schon. Und der schluckt und der schluckt. Haha, Yoshi kann über Pflanzen laufen. Okay, hier muss ich jetzt ganz fies Yoshi opfern. Das sehe ich doch jetzt schon. Und? Hör! Ha, 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 ha. Yoshi, du bist tot. Ich lebe. Hauptsache, ich lebe. Sehr schön. Iuuh. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe.